herzlich willkommen bei tag nummer vier unserer 30 tage challenge in der wir euch zum sportler bekommen heute sprechen wir über ein thema da freue ich mich schon sehr darüber du musst mich dann vielleicht gleich ein bisschen bremsen es geht um ernährung ist auch ganz ganz wichtig wenn wir vom sportler mindset sprechen bevor wir loslegen ihr könnt euch schon mal euer sportdress anziehen während ihr uns lauscht weil wir machen heute auf jeden fall noch ein workout ja wir reden heute über ernährung man sieht es ja an deiner figur du wirst ja wahrscheinlich einen ganz strikten diät ernährungsplan haben jede kalorienzellen oder genau nein überhaupt nicht tatsächlich ich esse so nach bedarf schrägstrich gefühl und habe glaube ich einfach das glück dass mein körper diät im klassischen sinne hält weil die erd heißt ja nichts anderes als eine gesunde art sich zu ernähren das ist ja gar nicht so dass wir immer unter diät eigentlich kennen und verstehen sich komplett irgendwie beschränken und nur bestimmte dinge essen sondern ja wirklich nur das und so viel zu führen wie der körper halt auch braucht und was man vielleicht an energie verbraucht sich wieder reinholen oder wenn man weniger energie verbraucht hat dann halt weniger essen und glücklicherweise macht mein körper ein kombi mit meinem hirn das offensichtlich ganz gut von alleine das ist relativ blöd weil dann kann ich dir gar nichts mehr beibringen das ist ungefähr das was ich auch wirklich jedem sage also an mich sind schon viele menschen herangetreten die den wunsch verspürt haben ein paar kilo abzunehmen gerade in kombination von mit sport und es ist ganz ganz häufig dass ich dann die frage gestellt bekomme hier ist hin an was hältst du von der diät was soll ich was hältst du davon wenn ich jetzt eine zeit lang nur das esse und das weglasse und ich war ganz klar ich halte davon überhaupt nichts weil du hast es schon angedeutet auch hier wieder ich möchte die langfristigkeit im blick haben ich möchte will ich möchte eine eine methode haben wo ich eben nicht über einen zeitraum x irgendwas bestimmtes mache sondern das einfach für das ganze leben für das restliche leben funktioniert und da kommen wir am ende wieder nicht drum herum letztlich intuitiv zu essen und das haben wir leider ganz häufig verlernt ich habe jetzt wie gesagt das stimmt in unserem fall eben nicht aber ganz viele was ich so beobachte haben das irgendwie verlernt ganz viele essen nach festen zeiten das kann ich auch ein stück weit verstehen weil unser leben häufig sehr getaktet ist da geht dann meistens ein wecker bei mir nicht und dann kommt das frühstück und gegen mittag ist dann vielleicht auf der arbeit ist ja bei dir nicht anders und feste zeiten und wir haben eigentlich verlernt zu essen dann wenn man hunger hat und wir haben auch verlernt wahrzunehmen wann haben wir überhaupt genau vor allem da sprichst du auch wieder was an ganz häufig ist es so dass wenn wir diese festen zeiten haben dann meldet sich der körper einfach mal so um 7 uhr 30 und sagt hunger also denken wir weil er es gewohnt ist dass dann die zuvor kommt jetzt 37 wird doch immer gegessen so spielt aber keine rolle ob ich am abend zuvor ganz viel gegessen habe oder nicht und dass das das stimmt ja nicht also da kann irgendwas nicht sein und das wollen ganz ganz viele dann nicht hören aber ich sage ihnen wenn du abnehmen möchtest musst du weniger essen wir könnten das jetzt unglaublich kompliziert machen wir könnten jetzt die ganzen nahrungsmittel mit mit kalorien versehen und aber am ende des tages ist es pure physik es ist ganz einfach das was wir essen ja hat einen brennwert deswegen heißt das zeug auch so das sind kalorien das der brennwert und wenn du mehr zu führst als dein körper verbraucht und wieder ausscheidet dann wird er es irgendwo an einlagern müssen er kann gar nicht anders so jetzt können wir natürlich noch darüber sprechen jeder hat ein bisschen einen anderen stoffwechsel wir können stoffwechsel anregen und so weiter und so fort aber wenn man es nicht verkomplizieren möchte dann fällt es leider immer wieder und das will wirklich niemand hören auf den ganz einfachen satz zurück ist weniger jetzt habe ich gerade gesagt dass weniger essen ist die lösung gleichzeitig ist es so unglaublich schwer und da kann ich wirklich auch von mir sprechen wenn ich nur einmal anfange zu essen und es schmeckt dann ist es auch schwer den den punkt zu finden wo man sagt okay jetzt reicht es eigentlich was kann man dann machen ich mache es so ich esse wirklich bis ich satt bin du kennst mich ich kann auch gut essen und jetzt kommt der trick ich will mich gar nicht an dem moment reduzieren ich will mich da auch nicht irgendwie zurückhalten so wenn ich hunger habe und es macht spaß dann esse ich so und jetzt wird es wichtig ab dem zeitpunkt wo ich fertig bin mit essen warte ich da warte ich wirklich bis ich wieder hunger habe und das ist häufig dann so wenn wir am abend irgendwie wir waren noch grillen irgendwie und ich habe richtig rein gehauen dann kann es sehr gut sein dass ich die nächste mahlzeit erst am nächsten tag irgendwann um 12 13 uhr zu mir nehme und nicht routinemäßig um 8 uhr das frühstück esse sondern mir sage okay ich ist es war jetzt 8 uhr es ist nur nur keine ahnung aber habe ich wirklich hunger kann das sein und dann stellt man fest ich habe vielleicht lust was zu essen aber die gewohnheit aber ich habe nicht wirklich hunger und dann zögere ich das hinaus und es erst dann wieder wenn ich hunger habe jetzt sagen manche vielleicht das ist doch intervallfasten das kommt dann manchmal ebenso also wenn man große portionen ist dann läuft es irgendwann tatsächlich auf intervallfasten hinaus weil du einfach die lücke danach wird sehr sehr groß wie gesagt wie ihr es macht ist eigentlich egal ich würde jedem wirklich einfach mal raten im rahmen vielleicht dieser challenge ist mal auszuprobieren ganz bewusst darauf zu achten nur essen wenn ihr hunger habt und das gilt natürlich auch für alles was zwischendurch und so dann vielleicht noch genascht wird das wort naschen sagt es eigentlich schon hat häufig nichts mit hunger zu tun will keiner hören aber mit naschen gleichzeitig abnehmen schwierig wir können es ja noch ganz kurz erwähnen im urlaub zum beispiel manche würden das als naschen bezeichnen wir essen tatsächlich häufiger mal auch kuchen fast täglich und aber auch da ist es dann wirklich so wenn wir dann irgendwie nachmittags einen kuchen gegessen haben dann ist das eine mahlzeit und dann kann es sein dass das abendessen gar nicht mehr vorhanden ist dass es ausfällt oder keine ahnung wir sind morgens super lecker frühstücken gegangen was wir auch gerne im urlaub machen wir essen viel wir essen ausgiebig in unserem lieblingscafé sind danach noch schön im städtchen unterwegs und dann haben wir lust auf ein stück kuchen und dann gibt es kuchen mit noch einem netten kaffee getränk dazu und das ist dann aber quasi der ersatz für unser mittagessen und dann gibt es vielleicht abends irgendwie noch mal ein scheibchen brot mit irgendwas falls der magen sich noch mal meldet aber dieses stück kuchen mit dem kaffee das wird einfach als mahlzeit gezählt das ist nicht dass wir das ist kein snack das ist es auch kalorienmäßig nicht sondern das ersetzt dann einfach eine mahlzeit richtig ja ich glaube jetzt haben wir alles gesagt letztlich es hängt jetzt von euch ab macht am besten einfach mal mit ich würde euch wirklich raten probiert es die nächsten 26 tage einfach mal aus und wir machen jetzt natürlich weil das gehört auch dazu ein workout und heute jetzt wir hatten ja zwei tage also zwei workouts hatten wir schon die waren ein bisschen leichter das waren beginner workouts und ziehen wir so ein bisschen an die schraube bisschen an du hast die möglichkeit du kannst natürlich auch absolut bei den beginner varianten noch bleiben wenn sich das für dich noch besser anfühlt und du kannst auch wechseln dass du in einer höheren option beginnt und wenn du dann merkst jetzt macht die muskelkraft gerade nicht mehr so mit dann zum beispiel in den push ups die knie auf dem boden oder die knie näher ran unter die hüfte das sind alles möglichkeiten und das ist man kann sich da wirklich schritt für schritt ran tasten und zu sagen kann ich nicht mache ich nicht ist aber nie eine option alles klar dann legen wir mal los mit unserem mixed workout heute ja immer noch mal checken knie schön nach außen schieben den po zurück setzen und dann spür einfach mal nach was sich für dich heute gut anfühlt ob du den po ein bisschen tiefer sinken lassen möchtest ich bin es auf der gruppenfitness gewohnt dass ich den po wirklich maximal auf kniesöhe setze eher ein bisschen höher weil wir einfach sehr viel fokus auf technik setzen und je nachdem wie schnell das tempo ist fängt man dann schon gerne mal an zu schludern spannen und spann den po auch immer schön an wenn du dich hoch pushst schieb in die fersen und spür die spannung wirklich das komplette bein mit lang so push ups kann ich gut da gebe ich heute mal ein bisschen gas macht das ich starte auf jeden fall mal auf den füßen und auch hier kannst du über das tempo ein bisschen variieren langsamer und kontrollierter und damit ein bisschen mehr tempo wenn du die kontrolle über die technik schon hast spann auch hier den bauch feste an vor allem wenn du die option auf den zehen willst kannst du dabei reden so ich wechsle jetzt einfach mal setze die knie hier ab mal atme ruhig bewusst aus wenn du dich hochpuscht 3,2,1 sehr gut einmal in die bauchlage ich glaube hier mache ich mal halb 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 okay ich gucke mal was sich gut anfühlt den paddler kennt ihr schon nur mit den beinen schön aus der hüfte länge bis in die zehenspitzen und optional kannst du jetzt noch die arme dazu nehmen auch hier zieh dich raus über die fingerspitzen zieh deinen kinn sanft dran blick zum boden dass der nacken schön neutral und entspannt ist und sag auch mal bewusst den bauchnabel weg von der matte dann schieben wir hier gerne tief aber auch hier halt die spannung in der körpermitte und dazu gehört auch dein po und deine option kannst du auch immer entspannt deine stirn auf den händen ablegen das ist eventuell für den nacken noch ein bisschen angenehmer gerade am anfang 3,2,1 prepare for plank okay plank ich sag zieh durch zieh durch auf den füßen schau mal 3,2,1 go entweder auf den kuhn oder versuch es einfach mal auf die zehenspitzen und hier ist dann auch wichtig die spannung im kompletten körper zu spüren also push die unterarme wirklich in die matte schieb dich raus aus deiner schulter vermeide dieses durchhängen absolut da muss man wirklich darauf achten weil da kann man sich fiese schmerzen einhandeln die nicht sein müssen ne saubere technik bewahrt vor so vielen saug den bauchnabel ein und push auch nochmal richtig schön in die Ferse bring die spannung auch in deine oberschenkel saug die kniescheiben richtig schön ran und genieß das ich genieße lächeln lächeln ich bin mehr so der kämpfertyp ich brauche meinen wallface 3,2,1 goll hier mache ich wieder halb halb ok ich starte mal in der option und dann haben wir wieder unsere crunches Kinn sanft ran ziehen Ellbogen weit und schön die Rippen Richtung Hüfte schieben gerne Atmung nutzen atme aus und ein ja nutzt ruhig die kraft des Ausatemzuges mit jedem Crunch nach oben ja und denk an deine Option immer gerne nutzen dein Körper der sagt dir was heute für dich das richtige ist 3,2,1 wie war das nice workout nice workout das war doch schon mal ganz gut ja schaut einfach mal wie sich das heute für euch angefühlt hat und welche Optionen habt ihr vielleicht genutzt und was habt ihr mal angetestet und ausprobiert wie wird sich das morgen anfühlen ja wir sehen uns morgen und warum